Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es mal wieder ein kurzes Erklärvideo zu meinem letzten DAX-Trade, den ich wieder über Discord geteilt habe. Wen das interessiert, wer Interesse an solchen Trades hat, einfach in der Discord-Gruppe anmelden, kostet überhaupt nichts. Ich poste da immer wieder Trades, aber nicht nur ich, sondern auch andere posten hier Trading-Ideen. Es wird ein sehr kurzfristiger Trade, auf Minutenbasis sogar. Ich poste aber immer wieder längerfristige Sachen, die man auch längerfristig handeln kann. Aber hier hatte ich einfach mal wieder Lust für einen kurzfristigen Trade, weil ich da eine gute Chance, eine hohe Trefferquote oder eine hohe Wahrscheinlichkeit eben für die Richtigkeit dieses Trades gesehen habe. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden. Weshalb, warum, zeige ich jetzt im folgenden Video. Wen es interessiert, einfach dranbleiben. Heute werde ich übrigens noch mehr Videos abdrehen. Wird spannend, gibt es viele neue Videos demnächst auf diesem Kanal. Zunächst aber wie immer der Risikohinweis. Alles, was ich hier über der Aufzeigung kundtue, ist meine eigene persönliche und private Meinung. Jeder kann natürlich mit den Informationen machen, was er möchte. Es ist keine Anlageberatung, Investmentempfehlung und ich bin immer natürlich keine Haftung und kein Risiko. Zunächst einmal ein bisschen Werbung, wenn man das so bezeichnen kann, in eigener Sache für die Disco-Gruppe eben. Wer Bock hat, ich veröffentliche in der Regel immer zu Beginn des Monats eine Statistik für den kommenden Monat eben. In dem Fall möchte ich jetzt in den kommenden Tagen eine Statistik eben für September veröffentlichen. Das ist einfach eine Statistiktafel, die ich selber eben nutze und die stelle ich eben kostenlos immer zur Verfügung. Da steht dann drin, also wirklich nach Tatum sortiert am 11.8., 12.8., 13.8., 14.8. und so weiter. Das wäre eben die Statistik für August gewesen, was man hier für einzelne Trades nach Statistik eben eröffnen könnte. Und ich nutze die Tabelle halt gern, wenn natürlich mein Tradesignal auch nur in die Richtung der Statistik geht, ist das natürlich doppelt genial und gut. Und ja, das erstelle ich immer für mich selbst, persönlich, zu Beginn des Monats. Und wer das auch nutzen möchte, kann einfach mal in den Discord vorbeischauen. Kostet nichts, kann jeder anschauen und vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Kommen wir aber jetzt zur Trade-Erklärung. Ich habe im DAX am Donnerstag eine Trade-Eröffnung, das war ein Short-Trade. Und ich möchte jetzt einfach mal erklären, wie es dazu gekommen ist. Zunächst einmal habe ich meine Volumen-Software dafür angeschmissen und habe hier ein paar interessante Sachen entdeckt. Und die möchte ich jetzt einfach mal teilen. Damals, wie ich den Trade eröffnet habe, hat sich irgendwo das Value Area High irgendwo hier befunden. Und wir waren hier mit diesen Trades immer außerhalb der Value Area. Wer das nicht weiß, was das ist, schaut einfach mal bei Google ein bisschen nach oder bei YouTube. Dann werdet ihr das schon rausbekommen. Das heißt, da oben war der Preis nicht fair bepreist, wenn man so will. Das war also für mich eine Chance, die ich gesehen habe, einfach mal hier runter rein zu handeln. Eben, ja, gegen den bisherigen Trend, weil seit früh ging es ja hier nur nach oben. Und hier ging es eben rasant nach oben. Und ich wollte eben die Chance nutzen und hier einfach mal einen Short reinlegen. Ich hätte mir erhofft, mein Ziel habe ich, glaube ich, irgendwo hier unten angegeben, also noch deutlich weiter unten. Das wäre so mein erhofftes Ziel gewesen. Wir sind da zwar nie hingekommen, aber trotzdem gab es hier eben wirklich wunderschöne Setups für einen Short immer wieder. Und was ist mir noch aufgefallen? Erstens mal, natürlich da oben hat mir die Software gezeigt, dass hier größere Verkäufe in den Markt kommen. Auch sehr interessant gewesen. Das war ein Hinweis für mich. Hier könnte man eben mal shorten. Außerdem hier eine Linie, die eindeutig fällt. Und das, obwohl der Kurs immer weiter steigt, das hat mir auch angezeigt, dass es hier noch während des Tages zum massiven Abverkauf kommen könnte oder kommen kann. Und ja, zu dem Zeitpunkt hat das noch nicht stattgefunden, erst im späteren Verlauf des Tages. Warum? Weil die Verkäufe immer weiter extrem stark geblieben sind. Also hier unten, die ganzen roten Balken, das sind praktisch die Verkäufe in dem Markt. Und wir sehen da, es ist ein krasses Ungleichgewicht eben zu den blauen Balken. Es gab da kaum blaue Market Orders und nur jede Menge rote Orders. Und das war eben auch ein weiterer Hinweis dafür, dass es hier rasant nach unten gehen könnte. Außerdem sehen wir hier noch das Volumen. Sehr, sehr, sehr schmal. Kaum Volumen ist hier gehandelt worden. Sehr dünne Orderlage, wenn man so will. Das wird man dann auch sehen, wenn man hier dann in die Order reingeht. Und da konnte man auch sehen, dass eben die Käufer sich nie durchsetzen konnten. Und deswegen gab es hier eben nie ein Durchkommen nach oben. Und das habe ich hier oben immer wieder genutzt, eben um hier rein zu handeln. Was die Linien hier sind, das habe ich in meinen Kursen bereits des Öfteren erklärt. Ich nutze die Linien sehr gern. Die sind sehr wichtig, sehr mächtig, nenne ich das jetzt einfach mal im Trading. Und gerade wenn sie sich so auffächern und der Kurs so weit weg notiert, dann ist das immer eine gute Gelegenheit. Ja, die Fächer hier oder halt die Linien zu nutzen. Auf jeden Fall hier konnte man eben gut sehen, Verkaufsdruck entsteht und man handelt hier immer wieder rein. Ich schaue jetzt das Ganze einfach noch ein bisschen näher an. Das ist jetzt einfach mal ein 5-Minuten-Chart. Und hier habe ich einfach mal eingezeichnet, was mir aufgefallen ist. Dass hier oben der Kurs immer wieder zum Stehen kommt und hier unten, da sind eben Käufer tätig. Da oben die Verkäufer, hier unten die Käufer. Und man konnte ganz klar sehen, dass hier immer wieder der Kurs ranläuft, stehen bleibt und hier eben Abwärtsdruck entsteht. Und das Ganze habe ich eben hier auf einer Minutenbasis mehrfach genutzt. Also man hätte hier mehrfach 2-3% abgreifen können, wohlgemerkt pro Trade aufs Depot. Wenn man hier oben einfach immer wieder eingestiegen wäre, hier zum Beispiel, und hätte einfach stur das Ganze nach unten immer wieder gehandelt. So einfach kann es nochmal in Trading sein, so einfach ist es letztendlich auch. Und ich muss dazu aber sagen, ich hatte ja hier unten eben irgendwo mein Ziel. Das heißt, ich hatte mir deutlich mehr erhofft. Ich habe immer hier nur meinen Stopp auf Break-Even nachgezogen, beziehungsweise ganz leicht, minimal im Gewinn. Und bin am Ende immer wieder ausgestoppt worden auf Break-Even. Ich meine, ich glaube, 2- oder 3-mal ist es mir passiert. Also hier, glaube ich, habe ich irgendwo meine Order platziert. Hier hatte ich eine platziert und ich glaube sogar noch hier irgendwo. Also 3-mal wurde hier Break-Even ausgestoppt. Und dann mit einem 4. Trade, der war eben hier hinten. Hier habe ich dann am Ende einen CAV-Knapp von ca. 1 zu 5, 1 zu 6 gehabt. Warum ist das so krass eng oder so groß? Ich habe hier mit einem 5-Punkter-Stop im DAX gearbeitet. Und dementsprechend habe ich hier 6-fache rausgeholt von dem, was ich praktisch eingesetzt habe. Das stimmt aber nicht genau. Warum? Ich habe hier nämlich Teilgewinne realisiert. Ungefähr hier müsste das gewesen sein. Hier habe ich die Hälfte der Position geschlossen. Und hier unten dann, ich glaube, hier war das dann eben ein Rest rausgenommen. Also, wie gesagt, ganz einfacher Trade, ganz logisch erklärt. Und dass jeder sieht, dass der Trade auch wirklich aufgegeben wurde. Hier mal die Order-Maske von mir aus einem realen Trade. Hier bin ich eben eingestiegen, hatte wie gesagt einen ganz knappen Stopp, 5 Punkte. Und dann ging es eben ganz schön nach unten. Irgendwo hier habe ich dann das erste Mal Gewinne realisiert. Dann habe ich einen Stopp nachgezogen, das sieht man auch ganz gut hier. Hier liegt nämlich der Stopp, der ist bereits weit dem Gewinn nachgezogen. Dann ging es nochmal eine Etage tiefer. Der Stopp wurde natürlich immer weiter nachgezogen. Ja, und irgendwann bin ich ausgestoppt worden. Das heißt, das war ein wunderschöner Bilderbuch-Trade, wenn man so will. Leider mit Anführungszeichen nur auf Minutenbasis. Aber da sieht man, was man auch auf Minuten wirklich schnell am Profit machen kann. Wenn man da 1% vom Depot setzt, werden eben aus 100 Euro schnell 600 Euro. Das muss man sich mal überlegen. Also richtig gute Rendite für die Kürze der Zeit. Ich hoffe, die Trade-Erklärung hat ein bisschen geholfen. Es sollte einfach mal ein bisschen eine weitere Erklärung sein zu dem, was ich da am Donnerstag veröffentlicht habe. Und ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen. Ich möchte aber heute noch eine weitere Trade-Möglichkeit aufzeigen. Das hätte man heute handeln können. Ich muss ehrlich sein, ich habe es leider nicht gemacht, nicht geschafft. Ich habe darauf spekuliert. Ich hatte aber heute mit meinen Tieren zu tun und bin deswegen nicht zum Traden gekommen. Ich habe aber früh schon das Setup gesehen. Es hat wunderschön ausgeschaut. Im Prinzip das gleiche Muster. Ganz simpel. Hier hat der Kurs einfach es nicht geschafft, ein neues Hoch auszubilden. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Außerdem habe ich hier noch eine wunderschöne Trendlinie eingezeichnet. Die wurde dann auch gebrochen nähernd. Wie wir dann da immer weiter nach unten gefallen sind, konnte man hier sich eben einstoppen lassen. Da drüber einfach wieder einen Stop platziert und dann ging es nach unten. Das wäre übrigens ein 1 zu 8 Trade gewesen. Das heißt, hätte man 100 Euro Risiko eingesetzt, hätte man 800 Euro zurückbekommen. Super simpel. Und der ist wirklich längerfristig gewesen. Der ist nämlich auf 15 Minuten. Das heißt, den hätte man irgendwann gegen 11 Uhr, glaube ich, hat man den Trade eingehen müssen. Oder sogar schon gegen 10 Uhr. Und wenn man das jetzt durchgehalten hätte bis ungefähr 18 Uhr heute Abend, hätte man Feierabend machen können und hätte sein Geld, das man eingesetzt hätte, verachtfacht. Zwei super simple Trades, zwei super simple Möglichkeiten und Methoden. Ich hoffe, das Ganze hilft ein bisschen. Und wen das mehr interessiert, der kann einfach bei mir im Herbst wieder beim Seminar vorbeischauen. Dort erkläre ich genau solche Sit-Ups noch genauer. Zeige das noch ein bisschen näher, wie man das genau macht. Und ja, hoffe, dass das wieder ganz toll wird. Und es werden wieder zwei Tage werden. Näheres wird demnächst dazu folgen. Und einfach mal auf bayangold.com immer wieder nachschauen. Und dann freue ich mich auf die neuen Teilnehmer, auf die neuen Seminarteilnehmer. Und freue mich wieder auf eine tolle Zeit. Und hoffe, das wird nur halbwegs so gut wie beim letzten Mal. Dann wird es eine richtig tolle Zeit. In dem Sinne, ich hoffe, das Video hilft ein bisschen was. Ich wünsche schon mal ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Trade, wenn ihr so wollt.